So, neben mir steht jetzt Nikita Gense, Drittplatzierter nach dem Qualifying bei den Minis, äh bei den Mikros, Entschuldigung. Nikita, bist du zufrieden? Ja, dritter Platz ist ja nicht schlecht. In der Meisterschaft bist du auf dem dritten Platz. Auf Platz 1 der Moritz, der ist auf dem Platz 4 heute, startet hinter dir also. Möchtest du weiter nach vorne kommen im Rennen oder nicht? Ich werde natürlich versuchen, erstmal innen an allen vorbeizufahren. Und auf jeden Fall denke ich mal den Moritz hinter dir zu halten, oder? Vor allem das. Gut, dann danke ich dir fürs Interview und viel Glück fürs Rennen. Ja.